EQ Power zieht in die kleinste und vielleicht auch wichtigste Baureihe, nämlich die Kompaktklasse mit dem A250e, B250e und auch der A-Klasse Limousine mit demselben Antrieb. Dabei sind A-Klasse Kompakt und A-Klasse Limousine auch direkt bestellbar. Alle Preise sowie die ganzen technischen Daten findet ihr unten in der Infobox. Im Kern hat man hier drei Plug-in-Hybride, die bekanntes kombinieren, nämlich den 1,33 Liter Turbobenziner aus der Renault-Nissan-Kooperation mit einem 75 kW Elektromotor. Die Systemleistung liegt dann insgesamt bei 160 kW und einem Systemdrehmoment von 450 Nm. Elektrisch geht es bis 140 kmh und der Pharma klickt bei deutlich über 200 kmh. Laut rückgerechnetem NEFZ soll die elektrische Reichweite der 15,6 kWh Batterie bei 70 bis 75 km liegen und ihr seht auch wieder unten die technischen Daten zusammengefasst. Selbst mit schlechtem Wert im WLTP liegt der Wert immer noch deutlich über 50 km. Der Vorteil der neuen Plug-in-Hybriden ist das 8F DCT, eine Hybridabwandlung des 8G DCT, welches in dieser Fassung einen kompakten Hybrid-Triebkopf trägt. Novum auch für Mercedes-Benz ist, dass man auf den 12-Volt-Anlässer verzichtet und den normalen Verbrenner immer über die E-Maschine startet. Alle finalen technischen Daten fehlen uns leider noch, aber wir haben zumindest den Wert, dass die wassergekühlte Hochvolt-Batterie direkt von der deutschen Akkumotive kommt, 150 kg wiegt und per DC-Gleichstrom-Ladevorgang von 10 auf 80% in rund 25 Minuten geladen werden soll. Interessant ist auch das Packaging. Die Batterie sitzt unter der Rücksitzbank, der Tank ist in den hinteren Achsbauraum gewandert und der Auspuff wurde stark verkürzt. Er endet nun zentral unter dem Fahrzeug, wobei der Endschalldämpfer in den Mitteltunnel gepackt wurde. Einschränkungen beim Kofferraumvolumen sollen nur geringfügig sein, allerdings nennt die Daimler AG keine genauen Werte. Neben den bekannten Fahrmodi wie Eco und Komfort sind hier bei den Plug-in-Hybriden auch Electric und Battery Level mit dabei. Im Electric-Modus kann man dabei in fünf Stufen die Rekuperation direkt an den Schaltwippen am Lenkrad verändern. Wie von generell den Plug-in-Hybriden bekannt, ist auch wieder eine Vorklimatisierung an Bord über den elektrischen Klimakompressor. Allerdings ist auch sehr beachtlich die Anhängelast von 1600 kg. Preislich legen alle Modelle rund um 37.000 Euro los, was auch ein sehr interessanter Aufpreis ist, denn damit sind sie rund 6.000 Euro teurer als die vergleichbare Grundmotorisierung. Allerdings muss man auch hier noch hinzugeben, dass das Automatikgetriebe schon mal mit dabei ist. Also ist der Aufpreis bei rund 4.000 bis 5.000 Euro. Und persönliche Meinung am Schluss, etwas schade ist eben der Grundmotor, auf den man setzt, anstatt den eigenen Motor zu setzen. Denn für alle, die schon mal mit der A-Klasse gefahren sind und vor allem beide Motoren gefahren sind, der 2-Liter-Motor von Daimler läuft einfach etwas runder. Aber der Klasse, wer so schade ist vielleicht auch in der A-Klasse gefahren sind, da wird sogar eine eine A-Klasse gefahren sind, Vielen Dank.